Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem dritten, 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 ja, Video. Ähm, fuck. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, ähm, Mega-Craft-Aus-Piece. Ich werde die Kopfkapp dann auch noch anschreiben, aber wenn man, ja, eine Person, ja, zweimal oder dreimal schreibt, gilt es nicht. Jede Person muss mindestens einmal, jede Person kann einmal schreiben, wenn sie dann wieder ja schreibt, gilt es nicht mehr. Es müssen mindestens fünf verschiedene Personen sein. Und es gilt auch nur, wenn ja darin steht. Das heißt, ich habe dabei ja von X-Plus-Dose, von Mega-Craft-Aus-Piece und von Destroyer-HD-LP. Okay, ja, ihr, also zwei andere können noch sein, die ein Jahr abgeben für das Halloween-Special. Vielleicht will ich es dann einmachen, vielleicht mein Freund, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, vielleicht stellt sich alles anders heraus und ich muss halt, ich erzähle halt, keine Ahnung, fünf Grusel-Geschichten. Und, aber hier auf, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Bin ich dumm. Na, vielleicht. Ja, es funktioniert, ich kann das wahrscheinlich nicht. Okay, also dann schreibt noch zwei Jahre in die Kommentare und liken, abonnieren und ja ins Kommentar schreiben. Das heißt, dann bis zum nächsten Video, also bis zum vierten Jahr Video und danach kommt nun das fünfte Jahr Video. Danach kommt kein Video mehr, bis Donnerstag und dann kommt das Halloween-Special. Vielleicht noch zwischendurch so Info-Video, falls das Halloween-Special doch vielleicht abbrechen sollte oder das Halloween-Special irgendwie anders stattfindet. Aber bis jetzt streiche an Häusern spielen mit einem Kumpel, der wird dann aufnehmen und es auf seinem Kanal hochladen. Das heißt, aus 2017. Ich werde wahrscheinlich sein Handy manchmal nehmen und so vielleicht nähera-summen oder so. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal, also bis zum vierten Jahr Video. Ciao.